Herr Kollege Tschab, wissen Sie, was ich bei der nächsten Präsidiale als Vorschlag machen werde? Dass dieses rote Lämpchen jedes Mal leuchtet, wenn hier am Rednerpult jemand die Unwahrheit sagt. Das wäre einmal ein Beitrag. Weil dann würde bei Ihrer Rede da ein ständiges rotes Leuchtlein aufblitzen. Und auf der Regierungsbank auch. Denn die Österreicherinnen und Österreicher, die haben es satt. Und sie haben es nicht verdient, ständig belogen und betrogen zu werden. Und irgendwann einmal reißt der Bevölkerung der Gerundsfahrt und die Hutschnur. Es ist unfassbar, mit welcher Kutzpe Sie jedes Mal hier rauskommen und die Unwahrheit sagen. Dann setzen Sie sich wieder lammfromm hinein, wie eine Seidenraupe, und tun so, als wenn Sie nichts gesagt hätten. Sie reden ständig die Unwahrheit hier heraus. Ständig die Unwahrheit. Und sagen Sie sich wieder lschütteln.